Du kannst es gerade erzählen. Oh, wie soll er? Was ist Dominika? Kannst du mir ein bisschen helfen? Das geht jetzt nicht. Ich bin gerade mit meinen Fingern beschäftigt. Ich will heute auch schön anziehen. Was drückt in dieser Sinn los, Nehme? Was? Du kannst es momentan nicht sagen. Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Lebensaffäre? Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldstände? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du die Objär? Mit irgendeiner Scheißspinze, mit dem Zelt aus dem Badi-Zimmer bezogen oder was? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Wir sind nicht valuing es auf sales. Wir sind nicht valuing es auf sales. Wir sind valuing es auf. Wir sind valuing es auf. Wir sind valuing es auf. Ja! Das ist mein Boy! Wenn wir die Firma verbrechen, wir sind die Software, die wir entwickeln, wir könnten, zwischen $5 Millionen Dollar für das Software. Für die Welt. Ist das für... Wir sind eine gute Musik, wir sind ein paar Musik, wir sind eine gute Musik. Wir sind die 5 Millionen. In Kino Name Unlovekata, und im Saal daneben läuft grad du fast und du Furious. Also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm! Nein! 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 Anja! Drei! Untertitelung des ZDF, 2020